Kisten tue ich mal da rein und dann habe ich hier diesen, wo ist das hier, das bloße Ding, das packe ich mal dazu, die Vierer und die Zweier. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Controller. Der kommt jetzt da so hin. Dann ist er angeschlossen. Sehr schön. Jetzt muss man hier wieder alles aufkloppen. So. Genau, die Dinger müssen angeschlossen werden. Die Dinger müssen angeschlossen werden. Heißt einmal so. Oh, da war die Diamanthacke weg. Ich habe nicht aufgepasst. Eher lecker mio andetash. Naja, egal. So, einmal von hinten. Den weg. Nummer 1 und dann haben wir gesagt, hier. Zack, zack, zack. Oh, ich hoffe, das klappt alles so. Einwandfrei. Ost-Rhyne. So, dann werden die angeschlossen hier an den Dingen. Jetzt kommen wir mal kurz zu dem Oktrum. So. Boah, ich habe zu viel Zeug. Ähm, ähm, ähm. So geht das schon mal nicht. So, auch nicht. Ähm. So, wir brauchen diese Oktrums, ne? Die, was brauchen die denn? Ich guck mal kurz. Trimmlich. Trimm. Okay, einfach nur Fichtenholzbredder und, äh, wir haben hier noch Fichtenholzbredder. Und Stäbchen. Das machen wir mal. Dann haben wir hier, zack. Wart, 8 Stück kommen da raus. 16 Stück. Mehr nicht. 36 Stück. 36 Stück. 64 Stück. Nochmal. So. 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 Keine Ahnung, ob das reicht. Das wird sich dann zeigen, weil jetzt haben wir hier Spruce Trimm. Spruce Trimm. Oh, ja. Okay. Eins. Zwei. Falsch. So. Am Anfang. Boah, ich höre. Ich hoffe, ich muss ja nicht wieder alles rausreißen. Was ist denn das hier? Was war denn das? So. Alles Chlor, Herr Kommissor. Das heißt, jetzt haben wir hier, jetzt müssten wir eigentlich Holz und Stein angeschlossen haben. Theoretisch müsste das jetzt schon laufen. Weißt du was? Ich hau das direkt mal an. Ich hau das direkt mal an. Ich guck mal rein. Wir haben hier nur Holz und Stein. Na ja, gut. Und wir haben Feuerstein hier drin. Was? Ach, wenn ich aufmache, stoppt der oder was? Ja gut, machen wir mal so. Das sollte ja dann funktionieren. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Also, jetzt habe ich hier ein bisschen Kohle. Dann mache ich mir mal kurz drei Fackeln. Warum schmiert der da ab? Da sind wir wieder. Wenn ich hier die Fackel zücke, scheint der abzuschmieren. Das heißt, der hat wieder Probleme mit dem Shader. Naja, wie so oft. Oh, das flutscht hier aber ganz schön flott durch. Wisse. Ja. Das geht wirklich sehr schnell. Das heißt, jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwo. Was läuft denn da gerade durch? Sieht aus wie... Ach, leck mich doch. So, also. Wir testen nochmal. So, ähm. Die sind jetzt ein paar Mal hintereinander abgeschmiert. Sobald ich eine Fackel in der Hand hatte. Das heißt, es scheint wieder ein Shader-Problem zu sein. Ich habe es jetzt... Ich habe jetzt die verschiedenen Shader mal durchprobiert. Und irgendwie möchte er gerade nicht. Also habe ich die Fackeln jetzt aus der Hand genommen. Habe sie mal kurz hier hingesetzt, um das zu zeigen. Es flutscht hier ganz schön schnell durch. Und es scheint auch zu funktionieren. Ich habe gerade gesehen... Der ist schon wieder woanders. Wo ist er denn jetzt? Also gerade hat er noch Kies reingeladen. Was packt er jetzt rein? Ich habe keinen Schimmer, was der gerade reinpackt. Ähm. Sieht aus wie... Bruchstein. Da oben. Rölit Pflasterstein wird reingepackt. 75, 76, 77. Das rappelt in der Kiste. Das ist ja hervorragend. Das scheint zu funktionieren. Das freut mich doch sehr. Da haben wir ja Glück gehabt, dass das so... gut funktioniert. Dann würde ich sagen... Wo haben wir denn den Marmor? Den Marmor hier. Nehme ich mal eben den Marmor und mache hier mal wieder zu. Das scheint ja hier alles zu klappen. Was? Wo kommen die eigentlich her? Ich weiß das gar nicht. Ach ja, ach ja. Jetzt weiß ich es natürlich. Von unten, wo wir... ...die Dingens rausgehauen haben. Weiß, was ich meine, ne? Wo wir Dingens gemacht haben. Das Goddard. Das Goddard. The Goddard. Nein. Wie heißt es denn, Mann? Das Nether-Portal. Da muss man ja auch einmal reinkloppen. In die Wand. So, das hier sieht man schon quasi nicht mehr hier. Das funktioniert jetzt. Da freue ich mich. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal hier weiter. Solange der hier... Solange der da schon mal einsortiert. Hier muss ich ja gar nicht so weit. Ich schaue gerade mal. Okay, okay, okay. Kann ich schon... Kann ich direkt hier? Und was ist das denn hier direkt so dunkel? Was ist das denn hier direkt so dunkel, Mensch? Mal hier. Da, da und hier. So, dann hätte ich jetzt gerne wieder ein Trimus. Und eine hier hin. Und damit müssten die eigentlich auch angeschlossen sein. Hoffe ich. War da ein Loch? Ne, war kein Loch. Okay. Gut, geht's hier weiter? So, so. Dann sind wir ja gleich durch. Ich hoffe, wir kommen hin mit den Trims. So, hier auch eben. So, dann sind die auch angeschlossen. Sollten sie zumindest. Und ich schaue mal eben, was der hier so treibt. Na, es dauert alles ein wenig. Hier, Kies. Was habe ich denn noch? Ähm. Den Marmor kann ich da mal reinpacken. Die Fichtenholzbreiter kann ich theoretisch jetzt auch da reinpacken, falls ich sie jetzt nicht gleich noch brauche. Feuerstein. Ähm. Hier, Grünschiefe. Normalen Stein habe ich noch gar nicht einsortiert, glaube ich. Wir gucken mal. Stein. Wir haben hier Pflasterstein. Treppe. Wir packen hier mal den Stein hin. Ansonsten habe ich hier noch Glas. 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 Das grüne Glas, weil sie nicht, ob ich das brauche. Der Feuerstein. Wo hatte ich den Feuerstein? Hatte ich überhaupt irgendwo Feuerstein? Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Basalflüsterstein. Was machst du hier? Swarzer Granite. Achso, Cola. Okay. Achso, warum mache ich das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Sollte ich gar nicht, denn. Ich müsste hier einmal. Hier einmal lang. Dann sind die auch angeschlossen. Ähm. Ja, genau. 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 Wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Komm mal her. So. Das machen wir auf der Seite auch einmal. Und zwar hier. Ja. 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 gut da müssten die auch angeschlossen sein dann habe ich jetzt alles angeschlossen ich meine ja es sollte funktionieren die betonung liegt auf sollte so kommen wir mit dem marmor hier das schaue ich mir gleich mal an ob das denn jetzt alles so funktioniert wie es sollte hier kommt noch einer hin und da kommt noch einer hin und da kommt noch einer hin so der rest ist jetzt wieder schmacken wieso ist der denn jetzt alle dafür noch zwei wie viel habe ich denn da oben noch keine Ahnung warum da jetzt zwei gefehlt haben aber ok so wie schaut es aus wie schaut es aus jetzt brauche ich einmal die komischen was habe ich da was brauche ich dafür jetzt schauen wir uns das mal eben an und jetzt brauchen wir keine Trim sondern wir brauchen Tram sondern wir brauchen Tram nein wir brauchen jetzt wir essen diese wir essen die Dinger äh äh was ich gucke mal nach Rohr 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 und dann äh äh wo ist das denn Mann ich sehe nichts die Sonne blendet mir so auf dem Monitor dass ich hier gar nichts erkenne Sekunde mal das brauchen wir glaube ich das brauchen wir glaube ich und dafür brauchen wir das soll mit allem gehen am Arsch geht das mit allem nie im Leben geht das mit allem ich teste es mal mit Kies und meine Kies habe ich doch noch hier auf dem Lager oder ja ich habe zwei Kies das ist ja Wahnsinn ein Scheiß hä wie soll das denn funktionieren das Eisern das können wir auch mal eben machen dann werden wir nämlich eins von brauchen eins werden wir davon brauchen nicht acht aber gut wir brauchen eins wo ist diese Strukturrohr jetzt schon wieder ich finde es nicht mehr ach so alles klar das muss Kies sein in der Mitte gut dann ähm das muss Kies sein und der Rest ist Wurscht ah alles klar ja machen wir mal hier so gut gut und mit diesem Strukturrohr können wir jetzt irgendwie ähm ich brauche Strukturrohr und damit können wir jetzt na schon scheiß können wir damit ähm das Schöne daran ist dass ich mir die komischerweise die Fassadendinger komischerweise nicht anschauen kann das raffe ich nicht ich weiß nicht warum Glasfassade hier ich kann es mir einfach nicht anschauen das ist echt egal was ich drücke das ist natürlich doof ich hatte es mir nur mal eben im Dingens angeguckt und das sollte eigentlich so gehen wenn mich nicht alles täuscht und keine Ahnung wieso das jetzt nicht geht hm Verknüpfung an automatisches abfüllen mittlere Maustaste an Der Ich äh… verstehe es nicht tier 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 Okay.